Düsseldorf-Oberkassel, 1. April 1991. Der Topmanager Detlef Carsten Rohwedder legt an diesem Ostermontag seine Arbeitsunterlagen zusammen. Es ist wieder spät geworden. Das Arbeitszimmer im ersten Stock seines Hauses ist nur schwach erhellt. Am nächsten Morgen will der Treuhandchef wieder an seinen Arbeitsplatz nach Berlin reisen. Letzte Absprachen mit seiner Frau Heergart. Um genau 23.30 Uhr fallen drei Schüsse. Rohwedder steht mit dem Rücken zum Fenster. Die Projektile durchschlagen mühelos das Glas. Schon das erste trifft den 58-Jährigen. Verletzte Orta und Wirbelsäule. Rohwedder ist sofort tot. Seine Ehefrau steht nur zwei Meter entfernt und versucht, ihren Mann aufzufangen. Dabei wird sie von den beiden folgenden Schüssen getroffen und schwer verletzt. Rohwedder ist das letzte Todesopfer der Rote Armee Fraktion RAF. Guten Abend, Herr Schmuck. Herr Schmuck, ist inzwischen die Ermordung Rohwedders auch vom Düsseldorfer Innenministerium bestätigt worden? Ja, es ist bestätigt worden. Ich habe versucht, hier in die Stadt reinzukommen. Sie sprachen gerade davon, die Brücken sind gesperrt. Die Stadt ist wie paralysiert. Es ist still in dieser Stadt. Die Polizei ist bereits wenige Minuten nach den Schüssen vor Ort. Sie richtet eine Ringverhandlung ein und informiert das Bundeskriminalamt, als bekannt wird, dass es sich beim Opfer um Treuhandchef Rohwedder handelt. Schnell ist klar, hier geht es um einen Terroranschlag, der mit höchster Präzision ausgeführt wurde. Die örtliche Polizei wartet auf die Spezialisten vom BKA aus Wiesbaden. Die Suche nach dem oder den Tätern ist vergebens. Es gibt keine Zeugen und das unübersichtliche Gelände am Rhein hin macht die Spurensuche schwierig. Einer der ersten Reporter vor Ort ist der Agenturjournalist Gerd Korintenberg, eigentlich ein Mann für Kulturthemen. Man sah schon von der Brückenrampe aus deutlich das gleißende Licht, was von den Scheinwerfern der Spurensicherung herrührte. Der Tatort war also hell erleuchtet. Ich bin dann im Schweineöhrchen sozusagen runtergefahren hier in den Stadtteil, bin mit dem Wagen so nah wie möglich ran an den Tatort. Und da war natürlich dann alles, so wie man es üblicherweise kennt in so einem Fall, abgesperrt mit Flatterband. Treuhandchef Rohwedder ist eine bekannte Persönlichkeit in Deutschland, doch in Düsseldorf lebt er fast anonym. Macht wenig Aufhebens um seine Person. Er war eine besondere Person, man kannte natürlich den Namen, man wusste auch, dass er hier lebt. Ich wusste jetzt nicht so genau, wo er lebt, aber er war natürlich als relativ frischernannter Treuhandchef dann schon eine Persönlichkeit. Aber er war niemand, der jetzt hier so im öffentlichen Leben so großartig in Erscheinung trat. Also wenn Sie hier in der Umgebung mit den Menschen gesprochen haben, ja der Wirt des nächstgelegenen schönen italienischen Restaurants kannte ihn und sagte, ja der kam schon mal mit seiner Frau hierher. Aber er war niemand, der Hof hielt, der ein Entourage um sich hatte, wie das ja manche Prominente so gerne machen, namentlich in Düsseldorf, wo man ja immer etwas barock lebt. Also er lebte wohl dann doch eher zurückgezogen und, soweit ich es beurteilen kann, auch bescheiden. Warum konnte der zu diesem Zeitpunkt gefährdetste Manager Deutschlands trotz der Sicherheitsmaßnahmen getötet werden? Wer ist der Täter, der auch 30 Jahre nach der Tat nicht gefunden werden konnte? Und welche Rolle spielt die Unterstützung der DDR-Staatssicherheit für die RAF im Fall Rohwedder? November 1989. Die Euphorie der Maueröffnung kennt keine Grenzen mehr. Doch Freude und Begeisterung der Menschen dauert nur Monate. Nach dem Einigungsvertrag müssen die beiden Wirtschaften miteinander verschmolzen werden. Aus Zuversicht wird Ernüchterung. Die Wirtschaft der ehemaligen DDR ist marode. Die Treuhandanstalt soll die volkseigenen Betriebe abwickeln. Viele Menschen verlieren ihre Jobs. Die Stimmung ist aufgewühlt. Der harte Sanierer bei Hösch soll die Probleme lösen. Rohwetter heißt der Hoffnungsträger. Dem Mann aus dem Westen und der Treuhandanstalt schlägt Wut entgegen. Ich glaube, dass die Dortmunder Erfahrung auch mit dem Ausschlag dafür gegeben hat, dass man mir das angetragen hat und auch zutraut. Denn in den neuen Bundesländern wird es ja noch Konflikte genug geben. Und ich glaube, dann muss man da auch jemanden haben, der keine Angst hat, mal vor Arbeit dazu treten und da auch zu sprechen. Im Grunde war Rohwedder die einzige Person, die überhaupt noch plausibel von der RAF angegriffen werden konnte. Es gab im Vorfeld dieses Anschlages eine Festlegung von Bund und Ländern, in denen festgestellt wurde, dass Rohwedder eine höchst gefährdete Person ist, vor allem vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des Ostblocks und vor dem Hintergrund seiner Aktivitäten als Chef der Treuhand. Umso unverständlicher, dass der Treuhand-Chef zwar am Arbeitsplatz der Treuhand in Berlin die höchste Sicherheitsstufe 1 erhielt, privat in Düsseldorf jedoch nur die Sicherheitsstufe 2. Das fiel auch Nachbarn immer wieder auf. In den letzten Wochen und Monaten habe ich ihn des Öfteren gesehen. Auch wenn er mal spätabends von der Arbeit kam und ich kam gerade zufällig mit dem Wagen vorbei, stieg er selbst aus dem Auto ohne Personenschutz aus. Ist der Tod Rohwedders auf lückenhafte Sicherheit zurückzuführen? In Düsseldorf fehlte Personenschutz, aber selbst die Sicherung des Privathauses war mangelhaft. Schusssichere Fenster gab es nur im Erdgeschoss. Das Arbeitszimmer war nicht gesichert. Warum? Darüber gehen die Einschätzungen bis heute auseinander. Für den damals beauftragten Sicherheitsexperten bleibt die Entscheidung bis heute rätselhaft. Wir waren einigermaßen überrascht, als wir den Auftrag bekamen und das erste Obergeschoss ausgespart war. Wer hat denn quasi die Entscheidung gefällt, das erste Obergeschoss nicht mit schusssicheren Gläsern zu versehen? Seit 30 Jahren stellen wir uns in der Tat die Frage, warum das bis zum heutigen Tage niemals eindeutig beantwortet wurde. Denn die Antwort nochmal nach meinem oder unserem Gedächtnisprotokoll ist ganz eindeutig. Das waren nicht die Polizeibehörden, sondern das war eine Kooperation oder eine Absprache zwischen der Hösch AG und der Familie selber. Die im Mai 2019 verstorbene Witwe Hergert Rohwedder hier im Bild hat diese in mehreren Gesprächen bestritten. Sie sagte wörtlich, Zitat, die Behauptung, ich hätte hier eine solche Verglasung aus ästhetischen Gründen abgelehnt, ist unwahr. Warum hätte ich dies tun sollen? Zitat Ende. Eine Stellungnahme dazu vor laufender Kamera lehnte Hergert Rohwedder ab. Sie berichtete über eigene verdächtige Beobachtungen. Bereits Tage vor dem Anschlag an Ostermontag weist Hergert Rohwedder die Sicherheitsbehörden in Düsseldorf mehrfach auf verdächtige Vorgänge hin, etwa auf Telefonanrufe, bei denen der Anrufer sofort auflegt. Auch habe sie nachts immer wieder Personen vor dem Haus beobachtet, die sich auch längere Zeit dort aufgehalten hätten. Am grünen Donnerstag, als ihr Mann mit dem Begleitschutz vom Flughafen gekommen sei, habe sie die Beamten auf ihre Beobachtungen hingewiesen. Diese hätten geantwortet, Zitat, wir haben das Prinzip der verdeckten Fahndung und können nicht auf dem Rhein mit dem Schiffchen hin und her fahren. Zitat Ende. Mein Vorschlag, so Rohwedder, einen Objektschutz mit einem Beamten einzurichten, wurde brüsk zurückgewiesen. Ein Brief mit einer Gefahrenwarnung von der Treuhand in Berlin blieb, da es Ostern war, in der Poststelle des Innenministeriums liegen. Bereits wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen suchen Spezialisten des Bundeskriminalamtes nach Spuren. Und sie werden in den Schrebergärten unterhalb der Straße zum Rhein fündig. Der Schütze benutzte einen Gartenstuhl und ein Handtuch als Gewehrauflage und hinterließ Patronenhülsen und eine Zigarettenkippe. Die Patronenhülsen passen zu einem G3-Gewehr, das bereits bei einem Anschlag im Februar desselben Jahres auf die US-Botschaft in Bonn genutzt wurde. Zehn Jahre später die Überraschung. Im Jahr 2000 entdeckt das BKA bei einer Routineanalyse mit der neuen DNA-Bestimmung die Haare aus dem Handtuch stammend von RAF-Terrorist Wolfgang Grams. Der Zigarettenstummel nicht. Es gab eine zweite Person. Die DNA-Spur von Grams am Tatort ist ja zugeordnet. Ich gehe ohnehin davon aus, dass Grams nicht alleine am Tatort war und dass es weitere Personen gibt. Terrorist Grams war allerdings bereits am 27. Juni 1993 beim Versuch der Festnahme durch die GSG 9 angeschossen worden und beging laut Untersuchung Suizid. Wer aber war dann die zweite Person in Düsseldorf? Findet sich die Antwort hier nahe der polnischen Grenze im sogenannten Objekt 74? Das tiefe im Wald liegende Grundstück mit Gebäuden diente der DDR-Staatssicherheit als Versteck. Seit dem Attentat auf Treuhand-Chef Roweda hält sich hartnäckig das Gerücht, die Stasi habe Grams beim Anschlag unterstützt, möglicherweise mit einem eigenen Scharfschützen. Eine Zusammenarbeit zwischen RAF und Stasi gibt es bereits Anfang der 80er Jahre. Später übersiedeln zehn Terroristen der RAF in die DDR und leben dort unter falschen Namen. Sie aber auch andere RAF-Mitglieder erhalten nicht nur logistische Unterstützung. Hier im gut versteckten Objekt 74 findet eine regelrechte militärische Ausbildung statt, auch mit Schießtraining. Tatsächlich kam es in den Jahren 82, 83 zu regelmäßigen Treffen auch der aktiven, steckbrieflich gesuchten RAF-Terroristen aus dem Westen mit Stasi-Offizieren in der DDR, lange Gespräche und mindestens zweimal auch ein militärisches Training, wo die Fähigkeiten der RAF-Anschläge auszuführen sicherlich verbessert wurden. Die genauen Details der Unterstützung der RAF durch die Staatssicherheit finden sich dokumentiert in den Akten, die nach dem Mauerfall in der Stasi-Unterlagenbehörde ausgewertet werden. Die Aktenübersicht der Behörde verweist auf Fundorte in meterlangen Regalen. Für ehemalige Stasi-Agenten machte es auch nach dem Ende der DDR ideologisch weiter Sinn, die RAF zu unterstützen. Muss der Todesschütze beim Rohwedermord daher von der Stasi stammen? Von dem Waffenexperten Jérôme Soignier erhalte ich auf einem Schießgelände im Ausland eine Einweisung. Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hier um das sogenannte FN-FAL. Das ist also ein Selbstladegewehr. Also das heißt im Kaliber 7,62x51, das ist das ehemalige NATO-Kaliber. So eine Waffe wurde bei diesem Anschlag auf Herrn Dr. Carsten Rohr wieder benutzt. Das ist kein Spezialgewehr, das ist kein Scharfschützen- und Präzisionsgewehr. Also im militärischen Bereich sagt man das sogenannte Sturmgewehr. Nach rund einer Stunde Theorie schieße ich zum ersten Mal in meinem Leben. Zunächst auf Scheiben. Das ist praktisch das Ziel sehen. Ich bin zunächst skeptisch. Lochkimme, Korn. Ich denke für das erste Mal. Das Gegner ist hervorragend. Eins, zwei, drei. Also optimaler ist eigentlich nicht mehr darzustellen. Dann stellen wir das Szenario der Mordnacht nach. Also die äußeren Bedingungen sind, es sind 63 Meter Abstand. Wir haben 23.30 Uhr. Es ist dunkel. Ein Licht hier hinter dem Fenster, etwa 40 Watt, erleuchtet den Raum. Und wir haben eine Schusssituation, die leicht von unten nach oben geht. Genau. Wir haben ungefähr einen 10 Grad Aufschusswinkel und eine Person, die ungefähr ein bis zwei Meter sich hinter dem Fenster befindet. Das sind ziemlich genau die äußeren Bedingungen, die beim Mord an Detlef Carsten Rohwedder herrschten. Auch einen Gartenstuhl und ein Handtuch nutzen wir, ganz so wie der Schütze vor dem Haus Rohwedders in Düsseldorf. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Das Ergebnis widerlegt die Stasi-Scharfschützen-Theorie. Zwei Einschüsse, ziemlich genau an dem Punkt, wo sie in dem Fenster unten links auch waren. Genau, korrekt. Die RAF hat in ihrer ganzen Zeit immer wieder Schießübungen in Wäldern durchgeführt. Und ich gehe auch davon aus, dass hier dieser Schuss auf Rohwedder ausreichend geübt worden ist. Es bedarf keines Scharfschützen, um diese Aktion durchzuführen. Direkt nach dem Folgetag, nach dem Mord, am 2. April 1991, stellt das Bundeskriminalamt die Schüsse mit Lasern nach, überprüft Schusswinkel und Einschlagsort der Projektile. Das Szenario für das Attentat vom Tatort gelingt präzise und nachvollziehbar. Doch beim Fluchtweg und der Überwindung der schnell eingeleiteten Fahndung bleiben am Ende alle Fragen offen. Direkt nach der Tat ist von der Polizei eine Ringfahndung ausgelöst worden. Sie blieb allerdings ohne Erfolg. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Täter, die rund 400 Meter vom Tatort drüben zu Fuß zurückgelegt haben und hier innerhalb weniger Minuten möglicherweise ein Schlauchboot bestiegen haben. Das hätte ihnen die Möglichkeit gegeben, innerhalb sehr kurzer Zeit rein abwärts ein Auto zu erreichen, das sie möglicherweise auch in ein Nachbarland gebracht hat. Die niederländische Grenze ist nur etwa eine halbe Autostunde von hier entfernt. Von der Flucht gibt es keinerlei Indizien. Es gibt keinerlei Spuren. Wie bei vielen anderen Attentaten der Rote Armee Fraktion bleiben am Ende Rätsel. Ob bei der Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer 1977 oder deutsche Bankchef Alfred Herrhausen 1989. Täter, Szenarien, Schutzmaßnahmen, alles oftmals ungeklärt. Doch die Stasi-Scharfschützen-Theorie im Fall Rohwetter scheint widerlegt und auch einige Fragen zum unzureichenden Schutz, der den Mord erst möglich machte.